So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Bei mir ist heute Samstag immer noch. Bei euch wird wahrscheinlich dann Donnerstag sein, wenn ihr das Video seht, denn das muss ich wieder mal vorproduzieren. Und ich habe mir gedacht, am Donnerstag, wenn ich nicht da bin, wenn ich im Urlaub bin, startet ja wieder ein neues Event. Und das Weltmeisterschaftliche Event, oder wie das heißt, mit Megalamus in den Raids, mit Pupsi-Urlaub, mit Sakyan und Samazenda in den Raids. Deswegen auch dieses tolle Bild im Hintergrund. Es wird auch wieder ein neues Shiny Pikachu geben mit Kostüm. Und mein Main-Account war ja die ganze Zeit weg und ich dachte, zum Thema, das alles aufzufrischen, möchte ich mal gucken, was habe ich verpasst. Was habe ich aber mittlerweile wieder bekommen und wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Ich gehe mal auf meine Pokémon. Ich habe mir hier einen Tag rausgesucht, der heißt nämlich neu. Da sind alle Dinge drin, die ich eigentlich im letzten Monat verpasst habe. Es war das Hisui-Event, wo man hier eben Eier brüten konnte. Ich konnte ja keine Eier brüten. Ich habe jetzt hier trotzdem einen Fulcano. Männlich, männlich, weiblich, weil ihr immer wisst, wie ich das mache. Ich möchte ja natürlich immer alles als Glückseintrag haben. Ich möchte alles als männlich haben. Ich möchte alles als weiblich haben. Wenn wir hier bei dem Fulcano gucken, ist das ja zusammen mit dem normalen Fulcano eingetragen. Das heißt, wenn ihr ein normales Lucky Fulcano oder Arcani habt, ist der Hintergrund schon da. Das ist keine eigene Form an sich. Das wird hier unten drunter gelistet. Wichtig ist jetzt nur, männlich und weiblich zu haben. Deswegen habe ich mir jetzt ein männliches und ein weibliches rübergetauscht, die ich beide dann entwickeln kann, damit ich hier auch den Eintrag habe im Pokédex für das männliche, für das weibliche. Lucky ist schon drin. Shiny gibt es noch gar nicht. Und diese Fulcano sind, glaube ich, von Genaya. Ich habe ja eigentlich immer den Hannes so als Dealer des Vertrauens, der mir da ein bisschen hilft. Henry hat das auch angeboten, Genaya hat das dann angeboten. Denjenigen, den ich dann immer am nächsten erreicht habe, den habe ich dann genommen. Der Hannes hat mit mir ganz viele Baldorfisch auch getauscht. Jetzt haben wir hier das weibliche entwickelt. Wir müssen aber noch das männliche entwickeln. Wir nehmen natürlich das höchste mit 707 vom männlichen und eins lassen wir auch noch so, sodass wir das normale haben. Wir haben die Entwicklung. Wir haben männlich-weiblich alles eingetragen. Das möchte ich immer bei allen anderen Sachen machen. Bei Sneebel ist jetzt das Problem, das könnt ihr nicht einfach so entwickeln. Ihr müsst ja eine Aufgabe machen. Also ihr sieben Kilometer lauft, glaube ich, mit dem Buddy. Ich sitze jetzt gerade hier. Das heißt, das kann ich jetzt nicht machen. Ich hatte auch keine Zeit von gestern bis heute. Habe ich jetzt beim Seeday als Buddy nehmen können? Ne, wollte ich aber nicht. Ich hatte ja da Mega-Tau-Boss als Erinnerung, dass ich weiß, dass ich das entwickle für den Boost der Bonbons und dem ganzen Zeug. Jetzt seht ihr aber auf jeden Fall, wenn ihr hier drauf geht und jetzt rüber wischt, dass ihr hier unten bei der Hisui-Form auch männlich-weiblich eingetragen habt und so möchte ich das haben. Das ist also jetzt voll. Bei Baldorfisch ist das Ganze wieder anders dann. Das hat nämlich dann einfach eine Entwicklung, die ich jetzt natürlich noch nicht habe. Hier müsst ihr aber Rates machen. Das heißt, da werde ich versuchen, in der Raid-Stunde am Mittwoch das als Buddy zu nehmen. Da ich es aber jetzt die Woche vorher aufnehme, kann ich es natürlich nicht entwickeln am Freitag, nee, am Donnerstag, obwohl ich es ja am Mittwoch eigentlich dann als Buddy hatte. Aber das ist halt das vom Vorproduzieren. Hier auch wieder wichtig, dass man ein Lucky hat. Beim Lucky aufs Geschlecht gucken. Das ist ein männliches Lucky, also brauche ich auch noch ein Weibchen, was ich entwickle und das würde ich dann wieder so lassen. Denn das hat zwar hier diesen Eintrag, wo ihr dann seht, die Hisui-Form, aber die Entwicklung hat einen komplett eigenen Eintrag im Hisui-Dex. Deshalb brauche ich da auch den Lucky. Ähm, Sneebel dann genauso. Sneebel habt ihr hier nochmal drin, zwar bei Sneebel hier stehen. Da ist, seht ihr ja, männlich-weiblich ist eingetragen. Äh, Lucky ist auch da, aber Snee-Boss ist dann auch wieder ein komplett eigenes Pokémon im Hisui-Dex. Dann habe ich verpasst natürlich den Z-Day mit Staralili. Deswegen möchte ich mal das höchste Staralili jetzt hier einfach komplett durchentwickeln. Ähm, Spületrend hat ihn ja gespielt, aber mit Spületrend bin ich nicht unbedingt befreundet. Deswegen habe ich auch, ich glaube, beim Hannes, der Hannes hat mir auch ein Staralili rübergegeben. Ich habe, glaube ich, auch noch eins von Genaya bekommen. Ich habe eins selber gefunden. Einmal hier Staravia, dann nochmal weiterentwickelt. 2433. Hat jetzt natürlich keine Sida-Attacke, weil ich das jetzt gerade entwickle. Ich hätte theoretisch bis Ende des Jahres warten können, bis der Super-Sea-Day ist. Im Super-Sea-Day hätte man entwickeln können, die Shinies nochmal, dass man eben auch die Sea-Day-Attacke bekommt. Ich möchte das aber jetzt einfach als Update mitnehmen. 2433. Der zweite hier entwickelt man trotzdem zur zweiten Form, dass wir die ganze Familie auf der Hand haben. Und das eine, was ich selber gefangen habe, ist ja trotzdem frei, ist ja nicht getauscht. Hätte ich zum Tauschen. Aber Sea-Day-Pokémon allgemein sind eigentlich nicht die beste Tauschware. Da gefühlt jeder, der den Sea-Day zockt, diese Shinies sowieso bekommt. Event-Shinies sind da was anderes. Die sind meistens seltener. So, das ist weg. Dann hier was ganz Besonderes. Das gab es ja neu bei Seattle. Ich konnte nicht spielen in Seattle, aber ich habe trotzdem zwei Wadribie. Wir haben einmal männlich, wir haben einmal weiblich. Und hier ist das Gute. Das weibliche können die entwickeln, das männliche nicht. Ihr seht, das ist das männliche. Da ist nur ein Power-Up-Button. Das ist das weibliche. Das könnt ihr entwickeln. Und da fällt mir auf, theoretisch bräuchte ich eigentlich trotzdem nochmal ein weibliches Shiny davon. Damit man eben das männliche hat und das weibliche. Und dann die weibliche Entwicklung. Weil dieser rote Punkt auf dem Kopf, dieses rote Fleck, ist ja doch sehr auffällig. Das sieht so cool aus. Diese Bienenwabe und der Puller, der da unten drin rumhängt. Also Hon Weisel auch hier voll. Weil da fehlt der rote Fleck. Hier war er dran, jetzt ist er weg. Also das ist schon ein Blickfang. Das fällt schon auf. Und gerade bei diesen extrem auffälligen Shinies nimmt man das gerne mit. Veggie-Mark. Veggie-Mark war neu. Nehmen wir auch das höhere von beiden. Werden das auch einmal entwickeln. Das sind ja keine neuen Pokémon. Das sind ja Pokémon, die sind ja schon drin gewesen. Also da müsste ich überall schon den Lucky-Eintrag haben. Da geht es wirklich jetzt nur um den Shiny-Eintrag. Und das heißt, ich müsste eigentlich männlich, weiblich, Lucky, alles schon fertig gehabt haben. Wir können immer drauf drücken. Wenn wir bei Veggie-Cheat da reingucken. Ah, ihr seht. Männlich, weiblich, Lucky, Shiny ist auf jeden Fall alles eingetragen. Sieht man auch nochmal den Unterschied. Zack, 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 zack. Einmal heller, einmal dunkler. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Haben wir aber jetzt auch entwickelt. Das gleiche machen wir auch mit Sodamag. Sodamag einmal hier das höhere, einmal das kleinere. Wird auch wieder ein Einhaltsstein drauf gepresst, dass das auch geupdatet wird und das auch in der Sammlung vorhanden ist. Sodamag auch aus Jedl. Veggie mag aus Sappora eigentlich beim Go-Fest released. Aber man konnte ja die Wochen danach in dem jeweiligen Event, wurden die auch nochmal rausgehauen für alle weltweit. Was ich eigentlich ziemlich cool fand von der Yantik. Denn eigentlich sind die ja regional oder kontinental. Sodass wir gar keine Möglichkeit hätten. Aber eine Woche lang konnte man die dann trotzdem bekommen. Hier ist es jetzt auch voll. Normal, zack. Männlich, weiblich, Shiny, Lucky. Alles ist hier eingetragen. Das ist halt ein bisschen dunkler. Aber wir haben noch Toxipad. Toxipad ist auch ganz neu. Jetzt natürlich im Käfer-Event. Wir werden wieder das Höchste nehmen. Das WP-Höchste. Ich gucke eigentlich so gut wie nie auf die Bewertungen hier. Von wegen 3 Sterne Shiny-Decks oder sowas. Ich möchte immer, dass die Entwicklung groß und wuchtig erscheint. Ich möchte nicht irgendwann ein WP-10-Zerrapendra haben. Oder wie das Ding heißt. Das sehen wir gleich, wie es heißt. Wenn ich es entwickelt habe. Da habe ich letztens schon zu kämpfen gehabt an dem Namen. Das werden wir aber auch entwickeln. Es ist ja normalerweise hier rötlich. Jetzt ist es hier in so einem komischen Lila-Touch. Eine bisschen düstere Farbe. Das wäre auch nochmal lila. Ist hier auch rot. Mit pistazienfarbenen Akzenten. Also das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Richtig gefährlich, richtig diabolisch hier diese Farben. Das Zweithöchste entwickeln wir aber auch nochmal auf die zweite Stufe. Dass wir eben die Shiny-Familie vollständig haben auf der Hand und uns das alles angucken können. Nicht nur, dass es im Decks eingetragen ist. Man möchte die auch eigentlich als guter Pokémon-Go-Spieler, als Sammler auf der Hand haben zur Vollständigkeit. Und dann ist Flauschling noch übrig. Und Flauschling? Roll um! Flauschling ist auch eine besondere... Achso, hier. Waschakwil. Waschakwil Raid Day habe ich auch verpasst. Konnte ich nichts machen. Aber ich habe mit anderen Accounts dann mal geguckt. Einer hatte sechs freie Pässe und hat in sechs freien Pässen vier Shinies bekommen. Ich habe mir dann von einem kleinen Account also einfach ein Shiny-Waschakwil rübergetauscht. War auch günstig, da ich ja das andere, normale Waschakwil schon eingetragen habe in der normalen Form. Wenn man hier mal reinguckt, seht ihr ja auch... Männlich? Shiny? Und dann die Hisui-Form? Männlich? Shiny? Und dadurch, dass ich dieses schon als Shiny hatte, war das ein ganz günstiger Trade. Auch wenn ich den Raid Day gerne gespielt hätte, war das bestimmt cool gewesen wäre mit den freien Pässen. Waschakwil ist auch am Start. Bleibt also noch Flauschling. Und da auch das Höhere, was man entwickelt. Ihr seht, das Kleine kann ich nicht entwickeln. Den habe ich nämlich nicht als Buddy genommen. Das müsst ihr nämlich als Buddy nehmen. Und mit dem Buddy dann Bären füttern oder Snacks geben. 25 Snacks. Und wenn ihr 25 Snacks gegeben habt als Buddy, könnt ihr das auch entwickeln. Flauschling müsste zu Saboinette werden. Saboinette? Sabalotschen? Irgendwas. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe bisher noch nie gesehen, dass jemand eine Entwicklung gepostet hat davon. Ein kleines Sahne-Cream-Törtchen mit einer Kirsche auf dem Kopf. Saboine? Sabayone? Sabayone? Ich blicke... Ja, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Guckt euch das an. Wie frech das da mit der Zunge rummacht. Das ist doch ein cooles Pokémon. Das müsste in Istwo gefallen. Und das ist jetzt mein Update dazu. Fucano Arcani, Baldorfisch und Sneebel muss ich halt noch entwickeln. Einmal das Lucky Männliche und dann einmal das normale Weibliche oder eben andersrum. Da brauche ich noch ein bisschen. Da werden mir die Raid Manias helfen. Und für den Rest würde ich sagen, wie sieht es bei euch aus? Den letzten Monat habt ihr alles bekommen aus dem letzten Monat. Was fehlt euch noch? Was ich hier gerade gezeigt habe. Fehlt euch vielleicht noch so ein Flauschling? Fehlt euch vielleicht ein Vadribje? Fehlt euch hier, was weiß ich, Toxipage? Schreibt es mal rein. Und welches von diesen Shinies findet ihr an sich eigentlich am coolsten? Von den Shinies würde ich, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich Vashaquil trotzdem richtig cool. Dieses Sabayone finde ich aber auch cool. Und dieses Serapendra finde ich cool. Und ich glaube, für mich wäre das irgendwie das coolste Shiny gerade, weil das geht halt total unter. Die Leute sind genervt von Toxipage, aber das sieht cool aus. Das ist mein Lieblings-Shiny hier raus. Das war mein großes Shiny-Update und Pokémon-Update aus dem Monat, den ich verpasst habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut und euer Ramses.